Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Shellshock Live Für uns Ja, ein Ründchen Shellshock Live Bringt mich zu einem Reis Ah, das ist ja wahrscheinlich, oder? Das ist perfekt da rein Ich hätte mehr Schaden machen können Ja, heute mal eine Runde Shellshock Live Wir haben heute, wir haben also versucht jetzt über eine Stunde ungefähr ne, ein Stündchen ungefähr ne runde Bad Wars auf Highpixel aufzunehmen aber ne gut, ne, hat nicht so ganz geklappt Gut, ne? Haben wir gesagt, dass es schon sehr spät ist und ja, Konzentration für Bad Wars nicht gerade wieder noch da ist Deswegen spielen wir einfach jetzt nur ein paar Ründchen Shellshock Live Ihr fandet das cool Und ja, Shellshock Live macht uns Bock Das ist glaube ich auch so fast eins der Spiele, was wir gerade am liebsten spielen Der einer hat gar nicht geschossen? Ja, Stock hat vergessen, wie man schießt Ach, der ist, okay Ja, wow Ich muss sagen, er hat vergessen, wie man schießt, aber gut er hatte einen entscheidenden Timeout Das ist natürlich immer mies Der schreibt ja Punkt, Punkt, Punkt Ja, kann ich verstehen, ich kann dich komplett nachvollziehen Aber das heißt ja nicht, dass ich dich jetzt nicht abschieße Ja, eben So mein Freund, das ist ein paar Frische Ich häng dir ein paar Ja, ich häng dir noch ein bisschen so paar Sachen Komm Fetti Komm Fetti Komm Fetti Komm Ründer Nein Oh, was ist das denn bitte? Er springt einfach komplett wieder raus Ja, er hasst mich Er schießt ins Okay, ich wollte schon sagen, er schießt ja jetzt freiwillig ins Portal Ja, ist jetzt auch nicht schwer gegen den jetzt irgendwie jetzt gewinnen Ich würde wahrscheinlich jetzt gleich mal hier so ein schönes Kleeblatt in den reinhauen Wenn ich unbedingt mal die zweite Stufe haben will Vielleicht auch die zweite Stufe macht ein bisschen mehr Schaden Alles klar, direkt eine Atombombe Und die schießt ja auf mich Okay Aber gut Hat nur dich getroffen ist ja schonmal gut Natürlich schafft das nur mich, warum solltest du auch den treffen So Mach mal bitte Schaden Machen wir mal gucken Bitte mach Schaden Bitte mach Schaden Bitte mach Schaden Oh 73 Heißer, Heißer Endlich hat das Ding mal Schaden gemacht Nur malerweise mach ich immer so 3 Okay Ja mit was hol ich den jetzt gleich Ich glaub Ja ich hol den mit Feuer Nee hol ich nicht, das ist bisschen blöd da zu treffen Ich hol ihn mit Ja mit das was du reingemacht Nee ich hol den mit dem Blumenstrauß Ich muss den noch Blumen schenken als Abschied Alles klar Oh man ey Okay das macht ordentlich Schaden Ah 70 vielleicht Nee nee der macht wieder 100 Danke schön So mein Freund Blümchen Okay Okay das Ding wollte gerade schießen Das hat man gehört Aber es hat mich geschossen Ja Ich gucke hoffentlich jetzt eine Runde mit zwei Gegner Ja mal schauen ne was wir so machen können Ich hab nen Zug Ich würd aber gerne auch ne Blüte rein machen Weil ich glaub ich könnte beide treffen Ja Ja Oder mach nen Ringer Nee ich mach die werden ne Blüte Ah Ah Mal so f*** ich Ich will noch nie so viele Waffen Ich würd ne Blüte eher machen Ja mach ich auch glaub ich Okay die haben nicht so gute Schussbank Wärts nicht wie groß die ist aber ich hoffe die ist groß genug Ist die letzte Stufe also ich sollte schon Ja Ja 70 Schaden da bin ich mit zufrieden Oh ich hab 60 Ja ist in Ordnung ist in Ordnung Also ja Dann werde ich jetzt als nächstes mal mit nem Zügchen über den drüber fahren oder Ich geh zwischenwand Die Frage ist auf wen geh ich lieber auf den vorderen oder Auf den vorderen Ja auf den vorderen ja Auf den vorderen ja Auf den vorderen ja Oh nein bitte nicht Das war jetzt für ihn nicht mehr so schwer Okay ich bin fast durch Wir wollen mal hoffen dass ich krittel Ja Einmal Einmal ganz kurz gekrittet Wir sollten mal die Kletz erst gleich tauschen Das heißt du fährst nach vorne und ich nach hinten Ja bei mir ist überall double damage die werden eher auf mich gehen Ja abwarten ne wie die schießen können Aber wir sollten auf jeden Fall wie gesagt Plätze tauschen weil ich bin gleich tot Mal abwarten Da brauchen wir nicht abwarten Das passiert einfach Ach Quatsch Ob du willst oder nicht Sag's doch Oh mein Gott ich hab Ja ist ein Tod Ne ne das überlegst du Ich habe nur noch 80 60 Das überlegst du Das überlegst du Ich komm nicht hoch Nein ich komm nicht hoch Ach nöööö quote Ja gut dann bin ich jetzt tot Mach den unteren Schaden schonmal Oberen Mach den unteren ne Ich kann keinen treffen Ja ok in Stuttgart Da kommst du nicht dran. Das Ding. Hat er ja nicht getrettet. Und die ist auf einmal auf den hinteren Mann. Ja, weil er da oben auf einmal der Schussbahn perfekt war. Ja und? Er steht so bei dir oben, ist auch cool. Ja, aber ich bin tot, ich hab nur 60. Aber guck mal, ob die mir Schaden überhaupt machen. Ja, natürlich machen die mir Schaden. Ja, vielleicht überlebst du das ja. Ja, wahrscheinlich. Wie viel Lack solchen wir da haben, dass ich das überlege. Vielleicht geht der Ende auf mich. Genau. Ich hab nur gesagt, du überlebst das. Er hat einfach gar nichts getroffen. Ach. Natürlich. Natürlich. Ich treffe beide. Oh, bitte mach Feature an, bitte critter alles. Bitte, ich hab alles auf Rett geskillt. Ja, einen haben wir schon noch. Alles, alles komplett woanders. So, noch den da unten. Ich hab auch, das könnte viel Schaden machen, aber das treffe ich hier nicht, weil der halt so dumm steht. Okay, doch, da kann ich das reinschießen. Dann mach ich das rein, leucht Feuer. Dann gucken, ob du überhaupt überlebst. Ja, ich hoffe schon, ne. Okay, ist nicht irgendwie, okay, dann mit überlege ich. Wird so direkt ein 60er crit. Genau. Und triff dich bitte nochmal selber. Schade. Hier liegt der aber so wunderschön. Das heißt, der kriegt dir was wunderschönes reingeschmissen. Oh. Hab ich denn erst gar nicht getroffen? Mit dem Ding? Ja. Vielleicht fick das Ding so weit nach oben. Ist gut. Ja, aber nicht gut. Der Plan ist nicht getroffen. Oh, das ist nicht getroffen? Ne. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Und dann komm ich vielleicht, wenn der dich jetzt abschießt, dann kann ich hier hochkommen. Ja. Ich glaube nicht, dass der mich abschießt. Aber er wird auf mich schießen. Der wird beide treffen vielleicht auch. Jetzt bitte schieß ein Pfeil oder so. So richtig wenig Schaden macht auf den Pfeil. Oh. Okay. Ich komm hoch. Ciao. Dann nehmen wir die kleine Möwe. Oh. Ich triff's? Nee. Das hat 50 schon mal gemacht. Oh, 57. Da bin ich mit zufrieden. Ja, hallo. Ja, gut, ne? Fünf Amor. Ja, gut. Dann machen wir nochmal die Möwe. Ja, ich darf mir ihn holen. Oh Gott, bitte nicht. Nein, nein, nein. Du triffst ihn nicht. Du triffst ihn nicht. Also du triffst ihn schon, aber machst ihn nicht tot. Ja, ich darf mir ihn holen. Oder halt auch. Natürlich mach ich ihn nicht. So, die letzte Runde. Boah, die haben nur Hindernisse. Okay, deine. Was sieht das mal ein bisschen aus? Okay, was haben wir denn für Waffen? Lass mal reingucken. Ja, geil. Du Kacke. Ja, ich hab so mittelgute Sachen. Ich hab nur Kacke. Smart Sniper zum Beispiel. Erstmal einen Hopsal über die Richtung Haussapel. Das ist halt mal... Kann man nicht gute Waffen mitbekommen. Ja, ich mach Zuckung. Okay. Der eine schießt gar nicht. Hey, der eine schießt wieder nicht. Wir gehen erst mal auf den Typen mit Rüstung, oder? Ja, du holst ihn. Genau, fahr wieder in den Meer rein. Genau, ich war schon hier. Nee. Doch? Nee, schieb so hier. Ja, siehst du auch mein Wege, wenn ich das aufnehmen würde. Alles klar, die Schusswaffe war genau auf ihn drauf. Komm, kitt. Schade. Ich glaub überhaupt nicht, dass ich da hingeschossen habe. Schade, der ist ständig hin und her fahren. Ach, klar. Nee, er ist sich noch nicht ganz sicher, wohin soll. Mit seinem Leben. Komm, Junge. Lava FC. Schieß, bitte. Ach nee, der andere muss schießen. Keeping it sideways. Geht es noch schnell? Ah, okay, geht nicht gut. Quatsch. Ich glaub, in der Welt ist schon keine Rüstung mehr. Ja, ich hab noch. Ja, schön. Hallo. Hallo. Ja, das hängt immer so an. Hallo. Bitte. Bitte. Bitte geh, bitte geh durch. Ja, geht durch. Wie gesagt, das ist ein normaler Ball, den du jetzt nicht siehst. Ach, das ist alles klar. Ah, ja. Weil. Gut, dann ist auch keine Rüstung mehr. Ist doch gut. Der Kreis ist geblieben, oder? Ja, ist doch gut. Ich glaub ich mach mal einen Regenbogen rein. So ein Stückchen nach vorne fahren. Vielleicht fällt der auch ein Stück nach vorne. Äh, macht er nicht. Oh, dann fällt der nicht hin. Die einzige noch mit Rüstung, ne? Ja, du hast ein wenig Strichchen, ne? Acht. Wap. Das ist Rüstung, ne? Ach. Wetzt ich nicht. Ja. Das musst du. Ich hab deine denn geschossen. Aesthetic. Ich bin hier weg. So. Mal bitte treffen mit der Haftbombe. Treffe ich damit? So, wenn das Ding jetzt einen findet. Ja. Doch, halt. Aber ich hab mich jetzt runtergebuddelt. Ja, der trifft trotzdem. Ist ja genau auf der gleichen Höhe. 149. Du hast einfach gekrittelt. Hab ich? Ja, du hast gekrittelt. Keine Ahnung, warum ich nicht drauf geachtet. Du hast gekrittelt, Mann. Gut. Sorry, ich genieße Glück. Krittelt halt alles. Aber breck schön rein. Hört sich richtig ekelhaft an, finde ich. Ich bin ein Bett auf dich. Aber, ich komm jetzt ein Stück wieder hoch. Ganzes Stück sogar. So. So, dann kriegt der Andy ja... Ich hab die Kondition. Okay. Weiß ich du, oder was? Ja. Lol, ich hab ihn... Oh nee, ich hab nicht gedacht, dass das Ding so viel Schaden hat. Oh, ich hab nur 12 Zahn Schaden gemacht. Ich hoffe, ich kann er nicht hochfahren. Echt? Ja, das Ding ist echt gut. Ich hab das Ding halt kaum benutzt. Alles auch wieder hochfahren kann, Mann. Ja, könnte ich auch. Ja, ich dachte, ich bullde den echt tief runter, dass der gar nicht mehr hochfahren kann, dass wir alles reinballern können. Jawohl. Oh, gut. Ich weiß, ich muss gleich ungefähr hier so hinfahren, dass ich ihn perfekt treffen könnte. Ich hab nur eine Waffe, mit der ich ihn da treffen kann. Alles klar. Der nimmt dir Double Damage mit. Oh, ja, ich nehm schon mit. Ah, so. Versuchen wir's mal. Hoffentlich mach ich jetzt Schaden. Och Gott, wir schießen beide dasselbe. Hoffentlich schrebt mir beide auch. Ich hab die zweite Stufe, aber... Ich hab mich getroffen. Ich hab getroffen. Aber zum Glück hast du getroffen, weil du hast das Double Damage gehabt. Ja, aber hättest du getroffen, hätten wir ihn wahrscheinlich fast getötet, ey. Okay, damit trifft er eigentlich nicht wirklich. Ja, mal gucken. Nee. Okay. Vielleicht kriegt er die Sippe. Ha, da war auch... Ja, genau. Ich hol mal das Paket. Ich hab mich einfach überhaupt gar nicht erzählt. Irgendwas, was durchgeht? Hm, nope. Ja, ich schon. Versuch mal hier an die Kante zu schießen. Genau, damit der Zipper trifft. Ja, gut. Ich hätt' aber genau getroffen. Hätt' sie jetzt an der rechten Spitze da getroffen, hätt' sie ihn getroffen. Ja, aber ich kann ja nicht hier raus so perfekt da hinschießen. Äh, aber fast. Ich häng' ja hier. So dumm. Geht auf mich? Nee. Okay, der hat nicht getroffen. Guck, ob er jetzt auch noch 6 damage macht. Siehst du, der macht viel mehr schon wie ich. Ob ich eben genauso geschossen habe. Ufo? Was denn Ufo? Okay, das muss ich mal schießen. Ich hab' jetzt null Ahnung, was Ufo macht. Ich schieß' einfach mal Ufo. Wenn du nicht mal gleich fast gewohntest. Nein, ich hab' 20 damage gemacht, ey. Wow. Zweite Stufe von was, ne? Nee, erste. Echt? Ja, alles klar. Aber ich kenn' die Waffel gar nicht. Hab' den noch nie gehabt. Oh, ich bin doch mal tot, ne? Ach. Natürlich. Ich treff' den halt so schlecht, weil der halt so klar in der Ecke hängt. Was überlebst du? Komm, so eine trifft jetzt noch den. Oh, schade. Schade, schade, schade. Das wär' schön gewesen. Komm, lass den wir uns jetzt ein bisschen weniger schaden. Der hängt halt so dumm da. Ich kann den mit den Sachen nicht treffen. Ich hab' Sachen, die irgendwie da runter gehen. Ich versuche. Oder Sachen, die so vortreffend. Aber der hängt halt so schräg da. Ich versuche. Dankeschön. Oh, kann ich ja auch nicht wissen. Aber du machst ihn ja ein bisschen schaden, ne? Er ist tot. Nein. Doch. Gut. Da ist er down! Ich hätt' überlebt einfach mal. Oh. Das Spiel hängt ein wenig rum gerade. Geh gar nicht. Ach, der Schaden macht. Genau! Sternschnuppe! Ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass ihr uns immer noch Clips einsenden könnt für unser 20.000 Abonnenten-Special. Schaut mal in die Videobeschreibung, dann seht ihr ein Formular und dann könnt ihr auch sehen, was man alles machen muss. Macht's gut, bis dann. Ciao! Ciao! Ciao!